Wird die Hinzuverdienstgrenze für Altersrenten im Jahr 2022 angehoben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Im Frühjahr diesen Jahres gab es eine ganz prominente Forderung, und zwar von der Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Frau Rosbach, die hat gesagt, liebe Politik, überlegt euch doch bitte, ob ihr im Jahr 2022 die Hinzuverdienstgrenze nicht auch wieder von 6.300 Euro auf einen höheren Betrag anhebt, denn wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Es ist eine wirkliche Win-Win-Situation für die Rentnerinnen und Rentner und auch für den Staat und die Deutsche Rentenversicherung entstanden. Rentnerinnen und Rentner, die eine vorgezogene Altersrente beziehen oder in Anspruch genommen haben und weiterarbeiten, werden nicht dadurch bestraft, dass sie weiterarbeiten und dass man ihnen dann wegen dem Hinzuverdienst die Rente kürzt, sondern sie haben praktisch hier volle Rente plus Hinzuverdienst und der Staat hat Steuereinnahmen und die Deutsche Rentenversicherung auch Beitragseinnahmen. Also die Anhebung der Hinzuverdienstgrenze in der Corona-Pandemie war wirklich einfach nur gut und zeugt auch davon, dass wir letzten Endes hier das Thema der Flexibilisierung der Altersrenten vorantreiben wollen. Und da stellt sich dann natürlich berechtigt die Frage, wenn wir so gute Erfahrungen damit gemacht haben, warum wollen wir nicht die Hinzuverdienstgrenzen im Jahr 2022 nicht auch wieder auf einen bestimmten Betrag anheben, vielleicht sogar dauerhaft, dass wir von diesen 6.300 Euro runterkommen, denn das wirkt wie eine Strafvorschrift, aus meiner Sicht zumindest. Wir haben ganz prominente Forderungen auch, nicht nur von der Frau Rosbach, sondern auch von der FDP, die sagen generell Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten abschaffen. Warum haben wir überhaupt noch eine Hinzuverdienstgrenze? Denn wir haben ja bei der Regelaltersrente oder Regelaltersgrenze ja auch keine Anrechnung mehr von Hinzuverdienst und da dürfen dann die Rentnerinnen und Rentner so viel dazu verdienen, wie sie wollen und es wird nichts an die Rente angerechnet. Das erscheint mir also aus heutiger Sicht im Zeichen auch der Demografie für völlig unlogisch. Deshalb, liebe neue Bundesregierung, wenn ihr denn kommt, bitte Hinzuverdienstgrenzen abschaffen. Das muss auch schnell passieren, damit die Rentnerinnen und Rentner im Jahr 2022 sich auf die neue Situation einstellen können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.